Hey, heute gibt es den finalen Teil der Enderdrachenrunde, beziehungsweise der Erkundungsrunde. Was wir noch so alles einsacken werden, das seht ihr jetzt in dieser Folge. Dann rennen die alle auf das Vieh zu. Wo gibt's eigentlich die Endermites? Wann existieren die eigentlich? Die spawnen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn du dich mit Enderperlen teleportierst. Der Witz bei der Sache, das hab ich auch noch nicht festgestellt, aber so ein 5-Dinge-Ding, wenn du ein Endermite mit dem Spawnei spawnst, juckt das die Endermite überhaupt nicht. Wenn du aber das mit der Enderperle spawnst, dann rennen die alle wie bekloppt drauf. Boah, Clem, das ist richtig geil mit dem E-Tamer. Wollen die das töten oder was machen die damit? Die wollen das töten, ja. Das ist einfach so ein kleiner Endersilberfisch. Oh, Alter, ich liebe das. Äh, ich werd jetzt aber nicht mehr weiter suchen. Welcher Trottel baut denn den ganzen Sumpf hier voller Steine? Das war Spark. Das war, ne, das war, glaub ich, Skate, oder? Äh, nicht Skate, das war doch, äh, Beni, oder nicht? Junge, wieso regt der mich immer auf? Spark, möchtest du bei der Revolution helfen? Kann ich gern machen, ich brauch ne Aufgabe und dann... Du machst deine Kästen voller Steine. Ja, am besten. Nee, also, es gibt halt echt noch ne Menge, also, wenn du halt irgendwas an Kanonen oder Waffensystemen hast, die sich sicherlich gut eignen würden oder so... Boah, einfach Wolkenkratzer. So, Redstone-Verteidigungs-Dinger. Mhm, mhm. Meine Sachen sind zwar funktionierend, aber die sind halt extrem... Äh, Nevi, wir können die Kanonen übrigens automatisieren mit Despenzern. Äh, ne, boah, hab ich da nicht schon ne Folge drüber gemacht. Okay, das war nicht... Sorry, das ist... Guckst du denn meine Videos? Nein, was sollte ich? Vielleicht das Vorbild. Und wenn ich mir Müll anschauen will, geh ich auf die Müllkippe. Guck mir da einen Livestream an. Also, ich kann nur einfach, äh, random drauf losbauen, wenn es keinen konkreten Plan gibt. Ja, mir was einfallen lassen? Ich hab ja unten einmal ein Streamshot reingepostet. Gibt halt auch, das... Momentan gibt's halt noch die, ähm, das Riff halt fertig zu bauen. Das soll das auch, wenn es momentan da arbeiten wird, gerade alle dran. Entschuldigung. Ich hatte gerade was mit einem Klosen da. Danach kommt auch noch die Mauer und alles. Und dann kann man schon die Grundstücke befestigen. Wir brauchen so ein paar... Wir wollten so ein paar Farming-Basen unter Wasser bauen. Also, so ein paar Farming-Glasen. Ich hab noch was gefunden, als ich gebaut habe. Unter Wasser habt ihr euch aber echt eine eklige Aufgabe ausgesucht, ne? Der Spin-Spawner unter der Mauer. Echt? Ja, direkt... Oh, den kann ich zu einem Spin-Spawner machen. Ja, direkt... Spin-Spawner. Gut, stimmt. Du kannst einen Spin-Spawner zum Spin-Spawner machen. Ja, zu einem Farming. Du weißt, was ich meine, Alter. Ich kann noch die Farming schicken. Ich hab die gescreenshotet. Geil, mach mal. Ich so, hör, da ist eine Mine. Und dann, auf einmal Spawner. Muss ich lachen, etwa so. Ey, mach nicht diese Mine. Okay, ähm... Ich bin aber jetzt auch gleich weg. Was essen wir heute Abend? Das ist eine exzellente Frage, Hennus. Könnt ihr gerne meine Aufnahme erklären? Ja, ich würde auch sagen Spaghetti. Hennus, ich komme jetzt ganz kurz zu euch. Kann ich meine Elytra haben, bitte? Ja, wir müssen sie suchen. Ich kann ihr helfen. Blas noch dafür ziehen. Achso. Boah, schon wieder? Ich bin wegen Elyboy so viel weiter gefahren, als ich nur hätte müssen. Ja, Elyboy, du brauchst gar nicht lachen. Was meinst du? Ich werde dich gleich am Ende runterschubsen. Okay. Und wenn ich mich einfach auslogge? Äh, Klim? Ja? Wie viele Schalker Boxen hattest du? Zwölf. Zwölf? Ja. Okay, ja, easy. Schalker Shells oder Boxen? Äh, Shells meine ich. Hast du Bock? Ich habe auch Shells. Nee. Ja, ich habe auch zwölf Shells. Das sind sechs Kisten. Ja, ich habe fünf. Das sind nur, äh, zehn nur. Das sind nur fünf. Also ich werde halt auf Save hier nochmal ins End reingehen. Ja, ich auch. Ja, auch nochmal. Weil die sind halt schon, die sind schon sehr praktisch. Ich freue mich richtig, dass wir die endlich haben. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, wir haben einen neuen Content. End. Zwei Sekunden. Boah, fertig. Minecraft ist manchmal ein bisschen langweilig. Dann kann ich endlich Schalker Boxen machen, meine ganzen Cleanstones mit Schalker Boxen in meiner Enderkiste verstecken. Oh, 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 oh. Oh, Spark, Spark, Spark. Okay, Leute, ich, 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 ich sage mal, ich sage mal folgendes, ne? Mann. Äh, Klim. Ja. Ne? Score 10.000, Alter. Was 10.000? Ja, man, dieser Score, den ich dachte. Ich sage nur, Revly, Revly, sag mal hallo. Hi Zinus Sorry Ich habe ein altes Video gesehen Das war nicht süß Zinus, bist du gerade noch am End? Ja, same Komm jetzt da rein, ja? Ja, ich hole dich sonst ab Dann wichsen wir zusammen Ich meine, suchen zusammen eine Kiste Revi, nicht in meiner Folge Ja, tut mir leid Spark Manchmal rutscht mir das einfach raus Ich meine, wir wischen zusammen Die ganzen Endermans weg Sehr gut Ich habe nur so Sprachfehler Ja, das ist klar Ja, Revi lispelt immer Ich glaube, der heißt Tourette Dieser Sprachfehler Hast du wirklich aber, ne? Nein Habe ich auch gedacht Ich glaube, der Server lag schon so ein bisschen, ja Jeder ist irgendwo anders Da haben wir da super viele Spiele online, ey Ja, man, was ist los? Ja, am besten bauen einfach alle bei der Revolution Um gut ist, wisst ihr? Dann baust du wieder so wunderschönen Elita-Starter Zinus, bist du gerade am End? Ja Der brauchst du doch nicht mehr mit Raketen Ja, aber der wäre voll cool So mit Vollgas gegen eine Wand Ja, das war immer witzig Wir hätten den Dragon Spraffen, bis wir melken müssen, ey Boah, ich habe übelst viel Dragon Spraffen Ja, ich hatte eineinhalb Stacks Und irgendwer von den beiden Bobos hat sich ein ganzes Stack gegönnt von meinen Drachenarten Ich nicht War richtig stolz Ey, wo sind die ganzen Endermans? Sterben die einfach alle, wenn der Drache tot ist? Nein, die müssen eigentlich spawnen Die spawnen wieder neu da Wir haben nicht gesehen, dann sind die gegangen Bei mir sind einfach, ich schwöre es euch, hier ist kein einziger Enderman Das sind sie nicht Äh, Zinus, wo bist du? Äh, warte Gott im Himmel Du bist jetzt gerade bei 1000 Bist du schon durch dieses Portal gesprungen mit einer Enderperle? Okay, du bist jetzt bei 1000 und minus 300 irgendwas, ne? Nee, ich bin gerade bei diesem Portal Bei 93 und minus 1 Bei dem allerersten Portal, wo wir rausgekommen sind Ja, dann musst du ja jetzt mit der Enderperle durch dieses andere Portal da gehen, ne? Das sich geöffnet hat, das kleine mit dem Schlitz Ja, was musst du damit machen? Du musst eine Enderperle dort reinwerfen Hast du das noch nie gemacht? Nein! Spawnen diese anderen Welt auch noch Enderman Ja Ja, warte, ich mach mal Das ist voll spannend Da bist du doch mit den neuen Pflanzen und so Die kannst du abbauen Diese Pimmelbäume Ja, die kannst du abbauen, bis du da bist So, ich muss jetzt aber leider auch chill sagen Ich hab noch übel viel Recherche für ein Bachelor zu machen Aber War aber geil, ne? Und Revolution können wir da mal zusammen make'n, alle Irgendwie, ist ja mega geil Wenn wir da alle an einem Schrank ziehen würden Ja, außer Revi dann halt, ne? In diesem Sinne In diesem Sinne Ciao, schönen Tag noch Jo, ciao, ciao Ja, ich bin unterwegs Brauchst nicht so schreien ziehen, ist alles gut Ne, ich lass das aus Ich bin jetzt schon über 24 Stunden wach Ich denk mal, ich hab einigermaßen alles hier gekriegt Und geh auch wieder zurück gleich Nice Was, äh, wie viele Dings hast du, Elytherin? Eine Eine, ich hab nur eine geholt Warum soll ich noch mehr und so? Ich dachte, das Spark holt sich so vier oder so Ne, eine reicht Spark verkauft hier dann einfach So überteuert, so 2000 Dior Ja, brauche ich dann voll Dior biegen Eine Elytherin Hast du schon? Machst du das mit Dior oder mit Eisen? Ich hab schon einen, aber mit Eisen Ja, ich auch Dior werde ich auch nicht machen, weil Ich glaub, damit hab ich mir die meisten Livestream-Zuschauer vergrault In Crafted Deck 3 Was denn? Ein Beacon mit Dior? Dior Beacon-Firmen, ja Was ist das? Hast du noch nie, das ist das mit den Leuchtfeuern Das, wo in den Himmel hoch geht und so leuchtet Ja, du musst deine Pyramide mit Blöcken unten drunter bauen Ich geb dir mal eine Eine Rundführung in meinem Haus Dann siehst du, was alles möglich ist Ja, die meisten Endroids Ich muss jetzt nicht jede letzte hier von dem Teil holen Wo bist du, Davy? Ich kill dir grad Endermänner Ich hab kurz Koordinaten, aber safen Ah, ich seh dich So, Sparky goes back Back to base Wenn man aus dem End rausgeht und der Text gelaufen ist Spawn man wieder in seinem Bett, oder? Ja, jup Nein, nicht wegnehmen Oh, sorry, ja Ja, ich geb sie dir Da vorne war ein Endgateway, aber das war nicht der, den ich generiert hab oder wo ich reingekommen bin Ähm Also ich bin in die Richtung hier vorne rechts gegangen, Revi Da hab ich schon zwei, haben wir zwei Festungen gecleart Äh, und Pettit und so ist auch in die Richtung Vielleicht sollten wir links lang gehen Von Loft Spark Ja Hi Meine, komm, meine Festung ist in der Richtung, die ist aber geblindert Dann würde ich in die Richtung hier gehen, ja Ich bin echt nur 100, 200, 300 Blöcke gelaufen, also Oh, da vorne hat auch jemand schon gebaut Oh, hier gerade außen, die Richtung hat noch keiner, Zinus Doch Beide, guck, beide Richtungen schon Egal, wir gehen mal weiter, okay, Zinus? Ja, ich würde sagen, hier über das Ding, oder? Ich würde sagen, wir gehen hier über das Ding Zinus, ich nehme das einfach auch ohne Facecam, falls man sich über das interessiert Okay, dann, wenn die sich fragen, hey Revi, wo hast du denn die coolen Flügel her Dann sage ich, boah, Leute, wenn ihr wüsstet, ey, weißt du? Ja, du kannst dir zeigen, so wie du das Highlight, wie du sie findest Oh Mann, diese Blöden Hör mal auf, Zinus, du brauchst sie doch nicht so rumhaten Ja, ich bin schon lange wach Es gibt nichts besseres als das Gefühl, wenn du durchs Portal gehst, wie du das safe zu Hause bist und all dein Zeug hast Finde ich nicht Doch Das schönste Gefühl ist einfach, ganz ehrlich, wenn man, aber egal Wenn man andere Leute ins Endportal schießt, bevor es losgeht Richtig, genau das Zinus, lassen wir jetzt hier nach links, guck mal Ja, das habe ich auch Ja, aber das ist ja nur so eine kleine Insel Ja, dann, von da aus weiter, weißt du? Ja, das ist eine gute Idee Hast du mir eine Enderperte? Äh, brauchst du einen, ne? Ja, ich brauche mich nicht Fahren wir noch mal ganz kurz ein paar mehr, weil ich habe Angst, dass ich hier später, ähm Ne? Ja, ich weiß, was du meinst So viel Stuff, was ich jetzt so sichern habe Schwammköpfe muss ich sicher Kannst du mal kurz hier hinsetzen, ziehen uns die ganzen Blöcke Wo? Mal hier außen Die Endblöcke, die, die lila Blöcke und Co, die kann ich nicht, äh, Dinge, die muss ich farmen, ne, oder? Hä? Die lila Blöcke und Co, die es hier im End gibt Muss ich die abbauen, oder kann ich die auch irgendwie erstellen? Die, die, die kannst du erstellen Mit den Pflanzen Mit den Pflanzen, also Chorus Pflanzen mit nehm'n bisschen Endstone und dann, äh, ja Wie sieht's aus mit Endrods? Die kannst du, glaub ich, nicht craften Oder? Doch, die kannst du auch craften Kannst du auch craften? Ja, toll, warum hab ich die ganze Zeit eingesammelt? War ich mir grad nicht sicher Ah, supergeil Wie viel brauchst du? Ja, so, das reicht Ich hab jetzt elf, wie viel hast du? Ich hab fünf Okay Ich muss noch kurz einen Enderdrachenkopf Du kriegst übrigens auch einen Enderdrachenkopf, ne? Danke Also da musst du nicht mehr Danke sagen, weil Minecraft ist doch mal Lass mal dort, äh, nach, lass mal dort auf die Insel gehen Das sieht aus, als wär's unberührt dort Aber da würd ich rüber laufen, nicht schießen Jaja, safe Willst du den Weg bauen? In so'n Dungeon gab's echt schon krasses Zeug drin Ich hab auch Übelang Also beste Spitzhacke, beste Schaufel Echt jetzt? Ja, ich hab eine gefunden mit Unbreaking 3, Efficiency 5 und Silk Touch Oh, geil Oh, geil Und nochmal in Unbreaking 3 fischen sie 5 und Silk Touch Pickaxe Die beiden Schaufeln Pickaxe In Dungeons hat's auch mega viel, ähm, Loot halt Lüstungsteile und so Ich glaub ich hab damals über Parship jemanden in einem Dungeon kennengelernt Als ob Ich hab über Tinder jemanden kennengelernt Aber in einem Dungeon oder nicht? Ja, in einem Dungeon Dinos, ich trau mich nicht, ne? Ja, ich mach schon Krank gruselig hier gerade Ist doch nice, wenn ich hier aufnehmen muss Einfach Leute da hier rumlaufen Find ich extrem cool von denen Bist du noch in Hamburg? Digga, ich nehme gerade auf Gehen wir hier weiter rüber Revy, bist du noch in Hamburg? Nein Achso Guck mal, Hunger, Alter Von hier aus könnten wir überwerfen ziehen Wenn wir auf die Insel hier gehen Guck mal Ja, egal Scheiße Bist du Angst? Warte, warte, ich gucke, warte Ja, das schaffen wir Oh, ne, ich hab Angst Ich hab auch Schiss Ja, das schaffen wir nicht Ne, 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 glaub mir Das schaffen wir nicht Das sieht so, das sieht so nah aus, ne? Ja, das schaffen wir nicht Aber ist nicht Ich kenn mich aus Ich spiel ab und zu mal Ne, ich spiel doch kein Ne, ich spiel doch kein Doch, da hat man keine Enderfälle Man sieht das, Alter, wie krank du Jitterklickst Ja, hast du gesehen, wie krass ich fast bridge könnte? Junge, wie du fast bridge, Junge Das ist der absolute Oberhammer Ich hab vor dem Stream Die haben mich alle ausgelacht, ey Ne, du bist extrem schlecht Das muss man dir schon lassen Aber ich bin auch scheiße Komm, ich wollte gerade sagen Du bist überhaupt nicht besser Lass von hier mal werfen Von hier schaffen wir das, oder? Boah, ich weiß nicht Ich hab schon jetzt wieder Angst Okay So, das hätten wir auch easy von da drüben geschafft Ja, aber Scheiße, ich bin runtergefallen Halt's Maul Na, ich pass Junge, ich dachte, das wäre so dumm gewesen, Alter Gut, ich hätte eh meine Sachen im Endeffekt Alter, hier ist so ein fliegendes Schiff Wo? Ja, dann habt ihr Ne Abgelogen, Sinus Wurde ich jetzt sagen Aber da vorne an links ist echt eins Echt? Ne, ich pass Ah Geht die ganze Zeit zwar Wow Hier sind richtig fette, äh, Inseln Ja, warum sind hier keine Schiffe dann? Ja, kommt Nein Fuck Nein, scheiße Mich greifen echt Endermänner an Der nutzt zum Beispiel auch passen Wenn du den anguckst, dann hauen die dich kaputt Ich renn weg, hilf sie mir Bitte, hilf sie mir Ich bin in Gefahr Okay, warte Finger weg Ich hab das Gefühl, ich werde keine Litra mehr finden Doch, klar Ich hab das Gefühl, ich werde keine Liebe mehr finden Ey, ihr habt halt schon zehn Dungeons gefunden und ich hab eins gefunden Ich hab sieben Halt die Schnauze Na was, wieso hast du eins und hast immer noch keine Dings? Ja, weil da kein Schiff war Boah, das ist immer richtig traurig Oh Oh Erzähl euch, das kann doch nicht sein, dass er nichts ist oder was? Hier ist safe irgendwo was Ich hab sie im Urin Hast du es im P, äh, spürst du es in deinem? Urin, ja P, P Tänisch Dinos, hier könnten wir rüberwerfen, oder? Ja, safe Mark Jo Nee, mach nicht, bitte, mach nicht Nein, nein Ich hab kein Wort verstanden, Aldi Guck mal hier, warte, ich zeig dir mal einen Trick Kommst du gleich mit zum Chaos Guardian? Chaos Guardian? Äh, ja, nicht in diesem Projekt Warum nicht? Zeig mir den mal Ich geh den Ja, ich geh jetzt du und komm mit Wir müssen nur 10.000 Blöcke bauen Tänisch, ich bin drüben Ja, mach das mal Nein Doch, hier Lol, du hast so... Nee, ich... Wenn du dich hochbaust Ja, ich... Bist du so ein Blödi, Alter? Ich hab richtig Schiss, wenn es um sowas geht Ich hab richtig Schiss und auch Angst Ich hab echt... Ja Hast du Schiss oder Angst? Was von das... Was davon... Du hast nicht... Vielleicht hat er einfach nur eine Angstkuss Ich hab mich hochgebaut Vielleicht auch, man weiß es nicht Boah, das war... Gott war der mies, Alda Und warum lachst du dann so? Oh Gott Weil er so schlecht war Weil er so schlecht war Ich hab gerade falsche Hand bekommen vom Runterfliegen, ne? Mhm, du hast schon gedacht, dass du stirbst Ja Und dann kam der... Denunziere ich nichts Ich glaub, mehr verarsch von End Ey, ich such jetzt schon seit 6 Minuten, Alter Halt die Schnauze Ich bin seit 50 Minuten dabei Mit deinen Exagerations, Alter Mit deinen Übertreibungen Ich bin seit 3 Jahren dabei Oh Gott im Himmel Ich bin in der Wand gelandet Oh 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 Das wär mal sicher Hier wird safe gleich eins kommen Denaut sich ab, Kodos, blöde So Ich find jetzt gleich so ein Dungeon mit 3 Schiffen dran Oh 10 Millionen Platz Lager Speicher in der Enderkiste jetzt Find ich gut Sinus, ist das dein Ernst? Ja Kann ich mal Klitschen reinlegen Junge, dann hier hättest du dich nicht mal hochbauen müssen Ja Ja, aber Du weißt nie Ja gut Dann Ich war jetzt niebenssicher Widerschaden bekomm ich hab mir fast die Hosen gekallt So richtig dumm der Junge Einfach so Oh Gott, ich glaub's nicht Ja meine Freunde Wir sehen uns Dann Ich ben doch mal hier meine Aufnahme An alle Park, mach's gut Jo War ne lange Tour Wir sehen uns Aber war ne geile Tour Jo Das krach noch, tschüss Ciao, ciao Ciao, ciao Tack Ciao Ciao